Ich kann hier die Tränen abputzen, weil eine Nachbarin kann das machen. Guck mal. Ist Mimo immer so? Mimo ist eine Mimose. Nein. Eine Holzuse. Kennen Sie ihn schon länger? Ja. Seit er geboren wird. Echt? Gibt es einen Ausschalter bei ihm? Nee, der ist schon korrekt. Okay. Guck mal, die Mädels hat er im Griff, weißt du? Und urplötzlich stehen Juri und Sid bei einem Promi auf der Matte. Aber du wirst ja jetzt nicht geradeaus, oder? Ich will es wenden. Ach, du willst das Wendler? Ich bin beim Wendler, leck mich, aber das muss ich auch mal fotografieren. Wann bist du schon mal beim Wendler? Wann will man schon beim Wendler sein? Ich will nicht beim Wendler sein, aber das ist doch mal eine geile Nummer. Alter Schwede. Hör dir das mal an. Ist das der Arnold-Motor oder was? Okay, gleich ein bisschen dran. Achtung! Alter! Geht in den Eisen, dein Kollege, wa? Trommeln, vorne und hinten. Neueste Technologie. Rückwärtsgang auch. Hier, 12 Volt Batterie, äh, ich mein, äh, Stecker. Wenn man auch mal im Kofferraum liegt, du als Sizilianer kennst das, im Kofferraum liegen und man hat kein Akku mehr. Kannst du da direkt laden. Zum Beispiel, genau. Aber vorne wird auch ein 12 Volt Stecker haben. Ja. Ja. So, jetzt gucken wir hier mal weiter, ne? Jetzt haben wir hier natürlich, ah, hier, guck mal, hier haben wir auch noch einen Kleiderhaken, ne? Simply clever, hier, ja? Also, ja? Das ist schon praktisch, ne? Da kann man, für euch jetzt in Sizilien quasi, die Leiche quasi hier ranhängen, na? Dann polpert dann nicht mehr im Kofferraum. Ne richtig, richtig fette Karre. Schau dir das mal an. So ein 500er Motor vom Mercedes-Benz hat natürlich richtig Qualm im Socken.